Gesundheit beginnt wie fast alles zwischen deinen Ohren. Dazu ein schönes Bild. Deine unbewussten Ebenen haben die Power einer 6000 PS-Lokomotive. Deine bewussten Ebenen dagegen haben die Kraft eines Fahrrads, das du mit deiner eigenen Muskelkraft bewegst. Wenn du jetzt eine bewusste Entscheidung für mehr Gesundheit triffst, aber deine unbewussten Ebenen dagegen arbeiten, aus welchem Grund auch immer, dann kannst du dir vorstellen, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich du sein wirst. Stell dir vor, du bindest ein Fahrrad an eine Lokomotive und fängst anzutreten. Solange die Lokomotive nicht in die andere Richtung fährt, ist alles okay. Aber in dem Moment, wo sie losfährt, wirst du sehr frustriert sein. Du wirst einfach keine Erfolge wahrnehmen. Und daher ist es unglaublich wichtig, dass du schaust, wie du deine unbewussten Ebenen mit deinen bewussten Ebenen synchronisierst. Und das funktioniert, indem Gedanken und Gefühle eins werden. Wenn du darüber mehr wissen möchtest, folge mir. Ich werde immer wieder über diese Themen sprechen. Und du wirst sehen, es ist tatsächlich sehr viel einfacher, wie wir denken. Was aber nicht heißt, dass wir es nicht tun müssen.